hallo ihr lieben ihr seht schon ich mixe epoxy tarts an und ich mache einen xl untersetzer ich hatte ja von erwarten schon mal so was ähnliches und habe festgestellt irgendwie ich hätte tatsache gerne noch einen größeren untersetzer und ja dementsprechend habe ich dann zu diesem untersetzer natürlich noch die passende luftpolster folie gefunden und nehme ich nicht mehr mit diesen kleinen luftpolster blubbern da die man immer gerne aufdrückt sondern eben halt auch mit größeren blubberbläschen und da dachte ich mensch da nehme ich euch auf jeden fall wieder gerne mit und zeige euch das was ich mache und hatte ursprünglich live mit gesprochen habe aber festgestellt dass der ton relativ leise war und durch das höher bearbeiten wäre es jetzt ein bisschen schwierig geworden dementsprechend habe ich mich jetzt entschieden da mache ich es halt eben dann doch noch mal so genau also dementsprechend hier noch mal minimale basics auf jeden fall noch mal es ist ganz wichtig handschuhe zu tragen dann eben auch eine maske zu tragen und einfach gut aufzupassen das ist einfach eine chemische reaktion und da müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen dass das halt alles gut funktioniert und genau ansonsten ich nehme ja immer resin vor dekor habe ich auch hier wieder gemacht weil es für mich einfach das beste ist ihr seht mich da auch schon ein bisschen ruhig an ich habe minimal überall ein bisschen die geschwindigkeit hochgezogen das heißt das ist nicht die original geschwindigkeit aber ihr habt auch gesehen das sieht so ein bisschen leicht nicht milchig aus weil dann wäre es noch nicht komplett richtig gerührt aber ich habe sehr schlampig gerührt ich habe nämlich sehr schnell gerührt und dann sind so kleine mikro bläschen eben auch da oder auch größere bläschen und die verschwinden vereinzelt dann eben auch und hier hier habe ich euch den davor gezeigt sehen mit den kleineren luft bläschen und ich liebe ihn sehr also ich mag das ergebnis unglaublich diese chameleon farben sind mega und ich weiß die gibt es mittlerweile von anderen herstellern auch und aber ich fand da jetzt eben auch preis leistungsverhalten ist wirklich sehr gut und dementsprechend ja die werde ich übrigens heute auch wieder nehmen und ja hier zeige ich euch noch mal dass das alles so ein bisschen noch mit ich beziehungsweise hier in dem moment dann eben die blubber bläschen waren ich hatte dann festgestellt dass ich noch mal nachrühren muss weil ich hatte nur die eine flasche auch leer gemacht und hatte dann eben geschaut na vielleicht reicht es ja dann auch schon ich wollte es halt auch nicht zu viel machen damit der untersetzer nicht zu dick wird der andere der kleine viereck hier den ich euch eben gezeigt hatte der war ein bisschen zu dick ich hätte ihn gerne dünner gehabt aber gut mal sehen ob es diesmal besser wird und man weiß ja nie dann mit dem feuerzeug versuche ich jetzt immer so ein bisschen dann eben auch die bläschen weg zu bekommen seid unbedingt sehr sehr vorsichtig ihr könnt euch damit die silikonform kaputt machen ich schaue eigentlich immer sehr genau aber auch bei mir war es schon mal dass es eben nicht so schön war aber trotzdem kaputt gegangen ist bei mir gott sei dank noch keine ja aber ich habe eben jetzt noch mal nachgerührt weil es mir tatsache zu wenig war an epoxid hat und so habe ich dann eben noch mal gerührt auch hier habe ich mal wieder sehr schlampig gerührt jippie und manchmal hilft es wenn man zum moment stehen lässt die ganze das kann epoxid hat und dann steigen die bläschen auch so ein bisschen nach oben aber die kompletten mikro bläschen bekommt man mit dem stehen lassen in der regel nicht ganz so gut wieder raus aber so hat es gut funktioniert übrigens es gibt nicht nur resin vor dekor wie die flasche hier unten liegt sondern es gibt eben auch noch andere harz hersteller ich nutze zum beispiel auch bei resin vor dekor die optimum viskosität das heißt die ist ein bisschen flüssiger und es gibt eben auch noch welche die ist dickflüssiger damit kann man wieder ganz andere effekte machen für mich selber ist das dickflüssige sehr sehr schwierig zu handeln einfach weil auch das an mischen sehr schwierig ist weil ich nicht ganz so viel kraft in den händen habe und dementsprechend ist das tatsache sehr sehr schade aber vielleicht kriegst irgendwann mal hin und oder vielleicht habe ich dann einfach mal eine chance dass mir das jemand anrührt und ich dann bloß noch gießen muss aber gut genau jetzt habe ich soweit meine basis drin gucke da gerade lasst das auch gerade noch ein bisschen stehen damit die kleinen bläschen dann auch nach oben steigen können und wie gesagt manchmal hilft es aber komplett wird es nicht helfen aber besser als wenn man sich jetzt mit dem feuerzeug zum beispiel auch seine silikonform kaputt macht da nimmt man lieber ein bisschen zeit in kauf und man hat bei den unterschiedlichen harz sorten auch unterschiedliche bearbeitungszeit möglichkeiten also bei ihm bei dem nutze ich es meistens für eine halbe stunde aber ich glaube da stand auch immer 45 minuten drauf aber da ich viel viel länger überhaupt nicht das mache schaue ich dann eben immer dass sich auf jeden fall nach der halben stunde spätestens fertig bin ich glaube lange brauche ich meistens eher vorher und da habe ich noch nicht angemischt nämlich wenn ich überlege was ich gerne machen möchte oder wie es gerne machen möchte ob ich mich bei den farben noch mal oben entscheide oder 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 und ja hier habe ich meine große luft polster folie und habe dann versucht die irgendwie so ein bisschen zu schneiden ich habe irgendwie diesmal die falsche schere erwischt weil diesmal ging es nicht so gut mit der normalen haushalts schere die man so auch im küchenbereich eben nutzt aber das war dann jetzt auch okay irgendwie habe ich es geschnitten bekommen ich glaube das letzte mal hatte ich tatsächlich eine ganz andere schere und habe es nicht mehr auf dem schirm gehabt und ja aber ich gucke immer so dass ich jetzt genug von der luft polster folie auch nicht nutze damit das halt besser funktioniert ich will nicht zu viel verschwenden von materialien und dementsprechend hat das aber so dann doch ganz so gut funktioniert ja ansonsten es gibt ja die mica pulver hatte ich jetzt hier eben zum beispiel kommt das chameleon puder wieder zur anwendung und es gibt aber auch alkohol in farben womit man ganz tolle effekte machen kann man kann auch pasten nutzen mit pasten bin ich noch nicht ganz so firmen weil ich mich da ein bisschen schwer tue aber ich werde sie noch mal ausprobieren dafür mag ich alkohol in farben sehr gerne weil die so einen schönen ja petrischalen effekt aufmachen also ich finde es sehr sehr schön ihr könnt gerne auf den kanal mal schauen ich habe da sehr sehr schöne ergebnisse auch schon gehabt und ja hier drücke ich jetzt die luft polster folie runter ich muss aber mal wieder geschlampt haben weil da ist dann doch so ein loch dann auch wieder mit drin gewesen ansonsten ihr habt gerade gesehen ich habe gedacht mensch ich versuche das mal wie alle anderen mit einfach so mit zum schnipp und dann ist alles fertig war es natürlich nicht also hexen kann ich leider auch nicht ich muss also genauso warten wie alle anderen auch ich weiß nicht warum das bei anderen youtuber immer funktioniert ja ich mag die schnitt effekte tatsache sehr gerne aber ich selber mache es halt selbst gar nicht erstens möchte ich hier nie die illusion haben plötzlich ist alles fertig sondern ich nehme euch ja wirklich immer ganz gut mit in jedem einzelnen schritt damit ihr nicht seht okay da habe ich jetzt was wichtig ist zum beispiel weggeschnitten ansonsten das raus nehmen von der luft polster folie ging wirklich sehr sehr einfach und hier seht ihr schon das mittlere also diesen effekt und aber eben auch diese lücke die ist mir jetzt irgendwie die habe ich nicht gesehen und aber gut hier sind meine chameleon farben ich liebe sie sehr wie gesagt für mich eine gute investition die becher sehen zwar sehr klein aus aber ich nutze das chameleon puder nur so wie es jetzt eben auch mache dass ich die fläche die ich damit einfärben möchte dann wie sage ich ein pinsel hier zeige ich euch nochmal alle farben damit ihr ungefähr wisst was in so einem set drin ist wie gesagt die becher sind sehr klein aber nur wegen dem ein pinseln dadurch geht gar nicht so viel verloren und dadurch kann man das ganz gut nutzen und hat ganz viel davon auch noch frei an möglichkeiten das ganze nutz zu nutzen ich habe mich diesmal ein bisschen anders entschieden das ganze zu machen das letzte mal habe ich so diagonal eingepinselt diesmal habe ich weil ich ja größere luft polster folie habe dass ich jedes einzeln ein pinsel und das habe ich wie gesagt dann jetzt auch das tempo ist alles ein bisschen schneller weil wie gesagt das würde ich wahnsinnig machen ich glaube das ursprungs video ohne die zeit hoch zu drehen war eine dreiviertel stunde stunde glaube ich ich habe minimal rausgeschnitten jetzt dann das anmischen und das einfach war ich glaube ich habe das ganz oft schon mitgezeigt solltet ihr das wirklich nochmal sehen wollen oder nochmal infos dazu haben wollen dass ich euch das nochmal abdrehen soll sagt mir gerne bescheid kommentiert oder ja eigentlich nur kommentieren und dann mache ich das gerne nochmal und ja ansonsten ihr dürft natürlich immer agieren ihr dürft mir gerne kommentare schreiben was hat euch gefallen was sollte sollte vielleicht anders sein was soll ich vielleicht mal ausprobieren ich probiere ja viele die ja weiß jetzt aus und aber ja schreibt mir dann gerne ihr dürft mir natürlich auch zeigen mit dem daumen nach oben dass euch das video gefallen hat oder ihr dürft natürlich auch gerne ein abo da lassen ich bin gerade total happy gewesen es war meine letzte wo ich dachte ja mein innerer monck findet die zahl gerade sehr schön das war die 650 ich hatte aber auch kurz davor war dann die 646 da ist mein innerer monck hat gesagt oh wie schön und und ja ich bin gespannt wann vielleicht die 656 kommt oder die 666 also ich mag total gerne so zahlenspiel rein also ich glaube es gibt ja auch so so sprüche wo dann immer so so ein innerer monck ist wie zum beispiel man macht die lautstärke am fernseher immer nur bei geraden zahlen oder so also so eine sachen zum beispiel das ich liebe es halt total da irgendwo man hat so seine sachen worüber man sich über so kleinigkeiten freut wenn sich eine zahl verändert also dementsprechend aber es ist immer eine freiwilligkeit da jetzt irgendwie ein abo zu hinterlassen da ich das für mich unglaublich gerne einfach auch als hobby mache und dementsprechend für mich auch die erinnerung schaffe was habe ich schon gebastelt weil nicht jede bastelei bleibt bei mir zum beispiel das geschenk für meine freundin zur hochzeit letztes jahr ist natürlich nicht bei mir geblieben aber so habe ich eben nochmal eine erinnerung und kann mir anschauen wie das ganze entstanden ist was ich mir gedacht habe und ich habe damals sehr gestruggelt also dementsprechend war das für mich halt auch schon eine sehr besondere arbeit und und ich freue mich immer noch drüber und ich schaue mir auch ab und an mal gerne dieses video nochmal an und ja ja ihr seht schon ich pinsel hier fleißig vor mich hin und wie gesagt die farben sind so so schön und ihr werdet euch richtig freuen wenn ihr dann auch das ergebnis seht weil die so schöne schimmer töne dann auch sind und also ich ja ich weiß ich wiederhole mich aber ansonsten ich muss noch gucken ich hab noch nicht so richtig mir fehlen so ein bisschen paar video ideen aktuell ich will natürlich nicht immer das gleiche machen aber ich mache halt aktuell auch immer wieder viel das gleiche ich habe jetzt auch zum beispiel die abitur rose von meiner bekommen um ihr da so ein bisschen was hübsches draus zu zaubern aus epoxy tarts und da habe ich zumindest schon mal eine kleine idee und da wird wahrscheinlich diese form jetzt auch eine kleine rolle mitspielen und ich hoffe ihr gefällt es dann auch und ich brauche dazu aber noch einen moment sie hat jetzt eher im september geburtstag genauso wie ich und versucht da jetzt gerade eine idee zu entwickeln ich werde es aber glaube ich nicht zu ihrem geburtstag fertig schaffen und dementsprechend hoffe ich dass sie dann ein ganz kleines bisschen geduld hat und habe es aber auf jeden fall heute schon in angriff genommen ich war schon ganz ganz früh einkaufen ich glaube ich war noch nie so früh einkaufen und hab dann auch noch mal was für dafür mitgenommen vielleicht funktioniert ich muss es noch trocknen und ja und hier seht ihr schon das ganze bunte und jetzt habe ich dann zwei farben genommen ihr werdet aber sehen ihr braucht keine zwei farben man sieht diesen unterschied überhaupt nicht ich hätte jetzt auch nur das schwarz nehmen können nur das dunkelblau oder was weiß ich wäre überhaupt nicht unterschiedlich geworden man hätte jetzt auch eine helle farben nehmen können aber man sieht eben nicht wenn man setzt drauf gießt dass da unterschiedliche also nicht wirklich also ich glaube wer vielleicht richtig extrem hinschauen will der sieht da bestimmt auch was aber wie gesagt für mich hat jetzt dieser aufwand das habe ich aber beim letzten mal leider auch schon gemerkt habe nicht daraus gelernt habe es wieder versucht und dementsprechend habe ich dann das ganze eben jetzt mit den zwei tönen gemacht und auch hier immer ganz wichtig immer gut umrühren gucken dass nicht zu viel von dem mica pulver mit drin ist aufgrund dessen weil sonst natürlich das pulver nicht komplett richtig verrührt ist und ja auch hier hatte ich wieder ein bisschen wenig von dem ganzen harz angemischt habe ich also auch wieder nachmischen müssen und habe dann dementsprechend das ganze noch mal gemacht damit einfach die blubber bläschen auch ordentlich bedeckt sind das war einfach zu wenig da hätte ich auch selber drauf kommen können und aber wie gesagt da habe ich dann jetzt einfach noch mal eine kleine menge anmischen müssen und habt aber auch hier wieder das mischen raus geschnitten und ja ansonsten ich freue mich natürlich ich habe demnächst urlaub und versuche da einfach gerade noch meine letzte woche auf arbeit durchzuhalten und braucht da einfach glaube ich gerade diese ruhe nochmal ich bin so fertig irgendwie ich bin einfach müde 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 und davon noch viel mehr und ich bin nicht komplett irgendwo dass ich mal wegfahre sondern ich bin halt auch ein teil zu hause einfach um die zeit einfach mal zu dass man nicht diese hektik hat oder auch wenn man ja wegfährt man hat ja doch immer dieses man will ja auch was sehen wo man hinfährt und ja dementsprechend werde ich da einfach so ein bisschen mir die ruhe gönnen und es sind ein paar termine drin die ich nutze aber ich denke ich gönne mir das einfach auch mal im bett liegen bleiben zu dürfen und nichts zu tun einfach nichts zu tun im bett zu liegen und sich vielleicht auch noch mal umzudrehen weil sonst ich stehe immer gegen fünf uhr auf und bin dann einfach unglaublich müde wenn ich abends nach hause komme und das aber so ein bisschen auch ich habe ja eine chronische krankheit ich habe fatigue nennt sich das auch dieses fatigue also nicht nur fatigue ich habe das durch eine andere krankheit bekommen ist die vermutung fatigue ist ja so ein bisschen eine krankheit die noch nicht ganz so gut erforscht ist viele übrigens mit krebs in verbindung mit krebs erkrankungen weil das dadurch durch die bestrahlung glaube ich wenn ich das richtig verstanden habe das hatte ich nicht ich habe eine andere krankheit und bin aber dadurch unglaublich schnell müde mein körper sagt sehr sehr schnell ich bin fertig für heute und das ist für mich halt natürlich manchmal gar nicht so einfach weil ich viel viel mehr sachen machen möchte und aber dann soll das so sein und ich versuche da immer ganz gut jetzt meine kräfte auch einzuteilen und zu schauen dass es trotzdem gut funktioniert ja hier habe ich jetzt noch ein bisschen klappt klares harz mit rein gemacht und habe jetzt dann noch mal geschaut ich ich versuche da gerade so ein bisschen struktur noch einzubringen aber wie gesagt man sieht es danach auch nicht wirklich also die mühe braucht ihr euch wirklich gar nicht zu machen und dementsprechend ja und jetzt seht ihr auf jeden fall gleich das ergebnis ich wie gesagt ich lieb es ich habe bei dem ergebnis habe ich dann noch so ein bisschen die ränder gekürzt und weil mir so ein bisschen was nach oben gerutscht ist und das natürlich mit ausgehärtet ist es war gott sei dank noch flexibel genug dass das ganz gut funktioniert hat und ja das einzige was ich tatsachen mit dem ergebnis noch überlegen ob ich mit dem gold stift da noch mal an rand mache das habe ich aber noch nicht entschieden also dementsprechend kriegt ihr es ohne rand bemalung und ja auch hier gehen wieder übrigens die mikro bläschen alle raus ich habe da mittlerweile glaube ich eine ganz gute taktik nämlich immer ganz kurze kurz das feuer zeug an machen und wie gleich wieder ausschnitten lassen und dadurch glaube ich funktioniert das ganz gut die ecken waren jetzt nicht ganz so einfach dass das funktioniert aber wie gesagt ich bin ganz stolz drauf und ich mag es hier seht ihr das ergebnis ihr seht jetzt hier zwar schon dass er blau und schwarz irgendwie so ein bisschen der unterschied ist aber ist jetzt nicht wirklich dass ich jetzt sagen würde oh ja der aufwand hat sich jetzt gelohnt also dementsprechend spart euch die zeit es sei denn euch ist das jetzt so wichtig dann funktioniert das natürlich auch aber so erst mal würde ich das jetzt nicht machen ja ich knubbel da raus wobei das relativ gut ging ich war jetzt bloß ein bisschen vorsichtig weil ich nicht genau wusste mache ich vielleicht was kaputt und hier kommt das ergebnis wie gesagt ich lieb es ich lieb ich hoffe ihr freut euch da über das ergebnis auch so sehr wie ich und habe mich da sehr sehr drüber gefreut hier sind wie gesagt die ränder so ein bisschen noch dran die kürze ich jetzt so ein bisschen ich glaube das sieht man gar nicht so richtig und ja wie gesagt ich hoffe euch hat es gefallen ich verabschiede mich schon mal ihr könnt jetzt noch den rest schauen wie ich euch das ergebnis noch zeige und ich freue mich wenn ihr nächste woche wieder dabei seid ich gucke ja immer noch ob ich vielleicht nicht doch ein zwei wochen mal pause mache muss ich aber schauen weil bisher hatte ich immer noch mal die motivation das zu machen und euch dir was zu zeigen und ja aber auf jeden fall erst mal einen wunderschönen rest sonntag noch und ich freue mich auf jeden fall bis bald tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020